Hallo, mein Name ist Heinz Busse und in diesem Video möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, wie Sie selbst ganz einfach und bequem Ihren eigenen Bildschirm aufnehmen können. Vielleicht fragen Sie jetzt, ja wofür soll ich meinen Bildschirm aufnehmen, ganz einfach, wenn Sie am Bildschirm etwas machen und das jemanden weitleiten möchten, zum Beispiel, ja, wenn Sie ein Problem haben, können Sie das Ihrem entsprechenden Support mitteilen, damit er viel, viel einfacher die Möglichkeit haben, das Problem zu analysieren und Ihnen zu helfen, weil einen Text zu schreiben oder einige Bilder mitzuliefern ist viel, viel aufwendiger. Oder wenn Sie einfach ein Programm bedienen, so wie ich es gerade mache und das jemanden weitergeben möchte, um es zu erklären, wie es funktioniert, dann können Sie das Ganze so einfach aufzeichnen. Ich selbst benutze für diese Aufzeichnung hier diese Software hier, also diese Webseite, stellt mir hier eine kostenlose Software zur Verfügung und ja, da habe ich einfach gestartet und damit, ja, aufgenommen und Sie sehen jetzt hier, das ist Englisch, wenn Sie diesen Webbrose benutzen, hier geht es um Google Home, müssen Sie ihn einfach installieren, dann haben Sie die Möglichkeit, hier in der Einstellung, müssen Sie hier in die Einstellung gehen, rechts oben, dann gehen Sie auf weitere Tools, dann öffnet sich hier die Möglichkeit Erweiterungen, dann klicken Sie dort drauf, dann werden Sie zu den Erweiterungen weitergeleitet und dann können Sie da nach unten gehen und haben hier die Möglichkeit, den Google Übersetzer zu aktivieren. Sie sehen, ich habe diesen hier schon aktiviert und ja, falls bei Ihnen das noch nicht sein sollten, klicken Sie einfach hier auf aktivieren und Sie sehen, er ist aktiviert. Er schließt das Ganze wieder und dann können Sie einfach hier drauf gehen und erscheint dieses, äh, ja, Dialogfenster, diese Seite übersetzen und es wird breit übersetzt und Sie können es entsprechend verwenden. Eine relativ einfache Methode, ich schließe das Ganze wieder über diesen schließen, dann ist das Ganze wieder ein Effekt. Nebst dem, das Sie das Ganze jetzt ganz einfach so aufzeichnen, können Sie natürlich mit Ihrer Stimme arbeiten. Ich selbst nutze jetzt für dieses Video hier die Logitech Pro 9000 und es gibt hier einige Bilder dazu. Sie sehen hier, so sieht das Ganze aus, das ist diese Kamera hier, die ich aktuell dafür verwende. Und ich habe da auch eine weitere, die ich im Einsatz habe. Hier geht es um die Logitech C920 USB-HT Pro Backcam und ja, hier können Sie das Ganze dann entsprechend, ja, anschauen und ansehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Und ja, dann können Sie das Ganze einfach ansehen und das Ganze können Sie dann auf der Webseite von YouTube, ich habe hier diese Webseite aufgerufen und hier können Sie das Ganze völlig kostenlos hochladen. Und ja, aufgrund dessen sehen Sie jetzt auch dieses Video, dass Sie einfach über diesen Kanal das nutzen, respektive ich habe es auf diese Webseite hochgeladen, völlig unverbindlich. Da kann jeder ein entsprechendes Konto einrichten, indem Sie sich da einfach anmelden und schon geht es los. Es gibt natürlich da weitere Möglichkeiten, um solche Budget-Mideos aufzunehmen. Ich habe hier eingeblendet, zum Beispiel CamStudio, Sie sehen hier eine sehr einfache Software, das ist die Arbeitsoberfläche von dieser Software und Sie können damit sehr einfach und bequem arbeiten. Sie müssen einfach das herunterladen und dann haben Sie hier diese Arbeitsoberfläche und das ist hier zum Starten und dann, wenn es gestartet ist, können Sie das Ganze hier wieder stoppen. Und ja, dann steht Ihnen es zu fügen. Im Weitere gibt es dann noch eine Weitere, die ich anfänglich genutzt habe, bevor ich da zu einer kostenpflichtigen Software rübergegangen bin, das ist diese hier. Hier sehen Sie Jing, ein etwas komischer Name, aber hier geht es um eine kostenlose Software für Bildschirm, Fotos und Videos, also zwei in einem, können Sie das Ganze mal anklicken und dann kommen Sie auf diese Seite hier. Hier sehen Sie, das ist von der Firma TechSmith Jing und auch dies habe ich da im Einsatz. Ich gehe ganz nach oben und habe das hier entsprechend platziert und wenn ich da drauf gehe, habe ich eine Capture, wie Sie sehen, und das ist die Bezeichnung, um einfache Videos aufnehmen zu können und ist ebenso eine sehr praktische und einfache Sache und ja, man kann es sehr gut benutzen. Also ich nutze es, wie Sie sehen, und bin damit sehr zufrieden. Außerdem gibt es von der Firma TechSmith die Möglichkeit, Snacky zu benutzen. Sie sehen hier eine ähnliche Funktion, die ich da im Einsatz habe, sehr praktisch und auch sehr vielfältig zu nutzen, die Frage ist immer, wofür soll ich je oder das Programm verwenden und die Frage ist völlig berechtigt. Sie müssen immer für sich selbst herausfinden, was für Sie das Richtige sein könnte, um damit letztendlich zu arbeiten, weil es gibt da unterschiedliche Anwendungspunkte, um das zu nutzen. Ich habe auch ganz am Anfang ganz einfach angefangen und dann habe ich einfach für mich letztendlich das teuerste gekauft, das es einmal gibt, das ist CampCasia und die anderen Programme habe ich alle auch ausprobiert und einfach festgestellt, was passt am besten und so ist das Ganze entstanden. Und ja, wenn Sie selbst sagen, Sie haben schon eines im Einsatz, sind Sie es gut, dann können Sie ja einfach mal die anderen versuchen, vielleicht ist eines von den neueren, die ich jetzt erwähnt habe, auch etwas, was Sie anwenden könnten oder Sie haben jetzt etwas im Einsatz, was ich noch nicht kenne, das kann ja auch sein. Dann können Sie das ja kurz unterhalb in diesem Video erwähnen, weil so kann man sich ja gegenseitig in diesem Bereich ergänzen und man lernt Neues dazu und das ist auch der Sinn der Sache, dass man einfach ja Neues lernt und seinen eigenen Horizont erweitert. Hier haben Sie jetzt einfach eine Möglichkeit gesehen, die ich so auf diese Art und Weise nutze, um sehr schnell einfach Videos aufzunehmen. Klar, ganz am Anfang benötigt es etwas Zeit, das gebe ich zu und auch etwas, ja das Gefühl, dass man das Video nicht nur einfach für sich aufnimmt und dann auf dem Rechner bleiben lässt und nichts veröffentlicht. Das habe ich am Anfang auch so gemacht. Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, dass man einfach das Gefühl hat, so und jetzt habe ich den Mut und ja, gehe mit dem online, weil so kann ich möglicherweise anderen Menschen auf diese Art und Weise helfen, weil über die Website von YouTube kann ich natürlich schauen, wonach Menschen suchen und dafür entsprechende Videos aufnehmen und aufgrund dessen, dass bei der Software die Möglichkeit besteht, sofern ich diese Software auch einsetze, erweitert mit der Funktion, dass ich mich einblende, also wie Sie hier sehen, lasse ich mich ja da einblenden. Und mit solch einer Software funktioniert das sehr gut und Sie haben dann auch ein gewisses Vertrauen aufgebaut, weil Sie sehen ja jetzt mich selbst und dass ich ja in einem Bildschirm etwas zeige, was wertvoll ist, was Sie anwenden können, was ich selbst fast täglich anwende und aufgrund dessen, dass Sie mich sehen, wissen Sie, aha, das ist diese Person, vielleicht haben Sie mich jetzt zum ersten Mal gesehen oder haben Sie mich schon auf einem Foto oder sonstiges gesehen und wenn Sie dann weitere Videos ansehen werden oder dann weitere Videos noch folgen werden, dann werden Sie zu meiner Person einfach ein gewisses Vertrauen haben und das ist nach meiner Erfahrung die einzigste Möglichkeit sehr schnell zu einem Thema Vertrauen aufzubauen und so entsprechend, ja, das Vertrauen, damit Sie wissen, okay, was die Science Booster da erzählt und erzählt, hat Hand und Fuß und es geht da wirklich um eine Materie, die auch Sie anwenden können, auch deshalb müssen Sie das Ganze einfach mal nutzen und ich finde das eine sehr nützliche Sache, hier sehen Sie dann auch eine kostenpflichtige Anwendung, aber jeder dieser Programme stellt Ihnen eine kostenlose Variante zur Führung und das Ganze mal einfach in der Grundperson auszuprobieren, damit Sie einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie das ist, wie das anzuwenden ist und auch ich habe am Anfang eine gewisse Zeit benötigt, um mich damit auseinanderzusetzen, es ist auch nicht etwas, was ich von gestern auf heute gemacht habe, es braucht eine Zeit, ja, wenn Sie damit einmal ein paar Videos aufgenommen haben, werden Sie für sich entdecken, ob das etwas für Sie sein könnte oder auch nicht, weil es ist gut möglich, dass Sie das wollen, aber es ist gar nicht das, wofür Sie sind, wo Sie sagen, im Prinzip, wer wollte ich es, aber ich kann es mir nicht vorstellen, solche Videos aufzunehmen, weil Sie einfach nicht der Typ dafür sind und das ist auch okay, weil nicht jeder traut sich so etwas zu und so etwas zu machen, vielleicht einfach im internen Bereich, dass Sie einfach für sich ein Video aufnehmen, wenn Sie ein Problem haben und am Anbieter weiterleiten, wenn Sie eventuelle Probleme mit Ihrer Software haben oder einfach unter Kollegen, Arbeitskollegen weiterleiten, das ist immer eine gute Sache, es muss ja nicht immer sofort alles an die Öffentlichkeit, ja, das ist einfach nur als ergänzend erwähnt, damit Sie einfach bewusst sind, okay, Videos sind gut und recht, aber müssen nicht direkt alle auf YouTube, Sie können es schon auf YouTube hochladen, es gibt bei YouTube die Funktion, dass Sie Videos so einstellen können, dass Sie nicht gefunden werden online und das ist eine Einstellungsmöglichkeit bei YouTube und diese müssen Sie einfach manuell einstellen, damit es nicht gelistet ist und dadurch ist es, ja, sind die Videos für Außenstände, diejenigen, die danach suchen, nicht auffindbar und ihr findet das eine praktische Sache, vor allem im Anfangsbereich, da können Sie das Ganze einfach und bequem üben und ich bin überzeugend, dass das Ganze ein paar Mal gemacht haben, irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann werde ich sagen, warum sollen andere Menschen nicht das sehen, was sich selbst macht, und vielleicht hilft es ja Anton auch, weil es sind ja letztlich einfache Webseiten, die eine Funktion zur Verfügung stellen, die im Prinzip jeder nutzen kann oder die es möchte und deshalb habe ich mich dazu entschieden, das zu veröffentlichen und auch mich einzublenden, damit Sie mir einfach sehen, okay, in diesem Sinne wünsche Ihnen viel Spaß beim Ansehen, beim Aufprobieren und dann sehen Sie mich in einem der weiteren Videos wieder in diesem Sinne, viel Erfolg damit und alles Gute!